Das heutige Video richtet sich an die Gegner der Zahnseide, die einfach nicht damit zurechtkommen und eine Alternative suchen. Vielleicht kennt ihr noch die alten Mundduschen. Die haben sich mittlerweile ganz schön weiterentwickelt. Man nennt sie heute auch Powerflosser oder Waterflosser und die nehmen wir mal unter die Lupe. Können sie die Zahnzwischenräume genauso gut reinigen? Sind sie einfach in der Anwendung und eine gute Alternative? Das findest du in diesem Video heraus. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Ich bin Zahnärztin und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es jedoch losgeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann klickt doch auf Abonnieren und verpasst keine Videos mehr. Wir haben mal einen Waterflosser bestellt. Das Ganze sieht so aus und es gibt immer mal wieder ein paar Alternativen zur konventionellen Zahnseide, die auf dem Markt aufploppen. Sei es gestielte Zahnseide oder Zahnseide, die ein bisschen verstärkt ist, weil für viele Menschen die Anwendung manuell einfach schwierig ist. Man braucht eine gute Technik und wenn man diese hat, ist Zahnseide super. Aber manchmal oder für manche Menschen ist es einfach schwierig, weil sie vielleicht auch manuelle Einschränkungen haben. Vielleicht findet ihr auch manchmal einfach nicht die Zeit und sucht eine ganz schnelle Alternative und dafür gucken wir uns dieses Gerät hier einmal an. Ich würde euch das Ganze an einem Modell demonstrieren. Da lassen wir einfach einmal den Powerflosser durchlaufen. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Man hat hier einen Wassertank, den kann man auffüllen. Das Gerät wird aufgeladen, man braucht also kein Kabel oder sowas. Und dann gibt es nochmal verschiedene Ansätze. Dieser Ansatz hier ist jetzt besonders für die Zahnzwischenräume geeignet. Hat wie so eine kleine Gummierung obendrauf, damit ihr es genau an die Zähne anlegen könnt. Und dann geht es auch schon los. Also das war die Anwendung des Wasserflossers, Waterflossers, wie auch immer ihr es nennen wollt, an einem Zahnmodell. Ihr habt schon gesehen, es ist eine ziemlich nasse Angelegenheit. Im Mund ist es so ähnlich. Also ihr solltet versuchen, wenn ihr das Ganze anwendet, über dem Waschbecken den Wasserflosser anzusetzen. Und zwar möglichst genau auf die Zahnzwischenräume. Ihr wandert dann einfach mit dem Gerät von Zahnzwischenraum zu Zahnzwischenraum und lasst dann das Wasser wieder so halb aus dem Mund rauslaufen. Es ist eine etwas spritzige Angelegenheit. Also nicht vielleicht direkt vor dem Spiegel. Ansonsten gibt es verschiedene Modi. Es gibt einen pulsierenden Modus, der dann schießt, lockerer schießt, wieder stärker schießt. Verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann. Aber der Effekt ist letztlich der gleiche. Wasser wird mit Hochdruck durch eure Zähne geschossen und soll so in den Zahnzwischenräumen Plagg beseitigen. Und das tut es auch ganz gut. Und zwar in den Bereichen, wo die Zahnzwischenräume etwas größer sind. Vielleicht habt ihr das auf dem Modell schon gesehen. Ich zeige euch das sonst ganz gerne noch einmal in der Kamera. Mein Modell zeigt ein Parodontitis-Patienten. Da ist schon Zahnfleisch zurückgegangen und die Zahnzwischenräume sind recht groß. Und hierfür kann so ein Wasserflosser ideal sein, um die Zahnzwischenräume von Speiseresten oder auch Plagg zu reinigen. Es gibt allerdings eine Stelle, die so ein Wasserflosser nie erreichen kann. Und das ist der Kontaktpunkt der Zähne. Genau dort, wo sich die beiden Nachbarzähne berühren. Und das ist auch die Stelle, an der Karies entsteht. Und so kann ein Wasserflosser eine tolle Alternative sein, um mal schnell die Zahnzwischenräume von Speiseresten zu befreien. Oder vielleicht als Zusatz für die Mundhygiene. Kann allerdings nie die Zahnseide vollständig ersetzen. Denn die Zahnseide hat auch eine Kariespräventive Wirkung, indem Plagg in diesem Kontaktpunkt entfernt wird. Und da kommt das Wasser einfach nicht genügend hin. Und wenn Plagg bestehen bleibt, ist das Risiko für Karies im Bereich des Kontaktpunktes eben gegeben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, denen ich so einen Wasserflosser wirklich als alleiniges Hilfsmittel empfehle. Und das sind Menschen, die manuell eingeschränkt sind, die einfach nicht die Möglichkeit haben, mit Zahnseide zu arbeiten. Hier gilt dann besser der Wasserflosser als gar nicht. Toll kann es auch sein, bei kieferorthopädischen Apparaturen, wenn ihr eine feste Zahnspange habt. Die Reinigung der festen Zahnspange ist sehr, sehr aufwendig. Es gibt Bürstchen und es gibt auch verstärkte Zahnseide. Aber so ein Wasserflosser kann helfen, wirklich einmal unter den Brackets alles abzuspülen. Auch sinnvoll kann das Ganze sein, wenn ihr Zahnersatz habt, nämlich Brücken, um unter den Brückengliedern zu reinigen. Also das sind so die drei Einsatzgebiete, wo ich denke, es ist wirklich sinnvoll. Und letztlich gilt besser der Wasserflosser als gar keine Zahnzwischenraumreinigung. Der Goldstandard bleibt jedoch die Zahnseide. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen zu dem Thema Wasserflosser beantworten. Vielleicht habt ihr auch ein Zuhause stehen, vielleicht habt ihr auch noch diese ganz alte Munddusche, die an der Wand befestigt ist, mit so einer kleinen Kordel dran. Eine tolle Sache, die habe ich übrigens nicht erwähnt, was natürlich eine ganz nette Sache ist. Man kann nicht nur Wasser einfüllen, sondern man kann auch eine antibakterielle Mundspüllösung einfüllen, um das genau in die Zahnzwischenräume zu bringen. Vielleicht nochmal so als kleiner Pluspunkt für die Munddusche. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr eine benutzt, wie ihr das macht, wie ihr das hinbekommt, ohne dass euer ganzes Bad voll mit Wasser ist. Und dann würde ich sagen, bis bald!